Wie findet ihr mein Anzug im Braun? Hey, Bro! Gut, dass du da bist. Ich wollte gerade mein Outfit machen. Ich muss dich unbedingt was fragen. Was ist los? Ja, dann frag. Warte kurz, warte kurz. Der Herbst ruft an. Sorry, vielleicht verweilt. Was wolltest du fragen? Habe ich vergessen. Kannst du das nochmal machen? Wie soll ich das denn machen? Soll ich mich selber anrufen? Ich mache jetzt mein Outfit weiter. Okay. Ja, dann mach. Hose. Okay. Oberteil. Okay. Stuhl. Oberschuh. Äh. Und? Wie findest du ihn? Ich weiß nicht. Nee, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß irgendwie nicht. aerosol. Ach,ist du unten.